so weiter geht die fahrt jens lustige springer abenteuer hier bei prince of persia the two thrones das schöne bei two thrones ist ja irgendwann irgendwann was wollte ich jetzt sagen springen da lang mein schatz und so ein sturz flug ehrlich gesagt hätte ich wahrscheinlich sowas von verkackt aber ich glaube jeder von uns außer es weltmeister im parcours hätte diesen stürz verkackt drin ich war ein paar sachen kaputt hier so weiter geht die fahrt hier war ich mag dich nicht nur stuhl oder leben ich mag dich nicht und sagen so soll jetzt hier weiter rum klarenzeln und rum spinnen gehen wir mal wieder weiter doch nicht so ich glaube es geht noch es ist immer so schön wenn ich gar nichts drücken der macht einfach muss ich habe mir gerade schon gedacht irgendwas stimmt doch hier nicht erläuft ja aber die kamera ist echt kacke jetzt gerade alter hier sind so ein trinkständchen wissen wir ja schon speichern und so ist definitiv sehr praktisch für uns ja du sollst die hier vor sind ja ist ja so wollen wir zweiter nee doch nicht na gut nee doch nicht doch nee doch nie na also jetzt also ja okay versetzt alter willst du mich verpacken oder verkackt alter ich glaub's nicht wir sind das jetzt ich sehe das schon richtig oder so kann man es natürlich auch machen oder wer klettert wieder hoch ich glaub das ist die bessere geht so warten wir hier auf voll die mühse katapultiert hier ich glaub's nicht ja da die kamera fickt gerade nur für könnte ich auch mal einfach auf es drücken um meine kamera perspektive hier zu ändern nur man kennt das problem maniere ich bin da sehr folgen so dann haben wir diese stelle auch geschafft ja aber erklärt schöner flug hier und so dann haben wir fast keine energie mehr was zum trinken aber auch nicht so jetzt bewegen wir das mal ah ja und wie ist ja mal geile schütte ist ja mal cool hört was der prinz vernahm als er an dem ort vorüber ging wo ich gefangen war er vernahm einen trinkbecher aus dem er freudig schluckte das geräusch eines magen überzönte alles das ist es was er hörte eine gute stelle um nächstes mal weiter zu erzählen ja finde ich auch und wir machen mal hier ganz luxi karuxi und weiter ich weiß gar nicht habe ich jetzt eigentlich gequasselt oder nicht ich merke das gar nicht mehr ob ich inzwischen gequasselt oder ob ich meine fresse halt Alter ne 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 geht immer gar nicht so ähm da oben ist ein Dingenskirchen des mensch da gehen wir erstmal hoch da gehen wir jetzt mal hoch genau wenn wir statt wenn wir dafür gut genug wären da ja so geht das ihr bia chance ok und weiter geht die fahrt hier Alter diese Speedkills wenn du springst und ihn umringst die sind einfach nur scheiße ich glaube zweifacher Beinbruch und die Rippe ist auch im Gehirn gelandet ist natürlich jetzt sehr hilfreich für den Prinzen aber ja gut da können wir jetzt auch nichts mehr dran machen wir gehen das da auf jeden Fall wieder hoch vor vielen Jahren als ich mit dem Maharaja vom Indien zurückzusetzen um ihre Geheimnisse zu retten so der ist mal komplett hinüber schön jetzt irgendwann hast du diese Speedkills einfach raus du weißt weil du drücken musst und ich merke das ist ja noch recht am Anfang gespielt wir haben glaube ich jetzt insgesamt nur knapp ne dreiviertel Stunde oder ne Stunde maximal gespielt und diese Speedkills klappt schon von ganz alleine ich würde gerne wissen ob ich hier hoch kann ja ich würde gerne wissen welchen Sinn das hat ah den da so jetzt haben wir das hier und dette und datte und also ich würde gerne so agil sein wie unser Herr Prinz doch leider wollte mich der Maharaja nicht ziehen lassen also er schlug ich ihn und er schlug und seine Hermen an mich nichts stand mehr zwischen mir und meinen Streben so die machen wir jetzt auch irgendwann mal so die machen wir jetzt auch irgendwann mal äh yeah so der ist jetzt auch mal hinüber hier irgendwann mal ah ah Thronensessel ah kaputt mach das wird die Frage wo müssen wir hin so ja ich bin hier schon ein bisschen leise der hat jetzt auch mal eine Runde gedarmflut äh gedärmeflut gehabt instinktiv zog der Prinz seine Waffe und schlugte los um mich zu retten so als hätte er aus der Vergangenheit nichts gelernt ja das hab ich gehört heute wahrscheinlich auch nicht doch vielleicht hatte er die Lektion nur vergessen denn Wut und Angst machten ihn blind aha das ist die wahre Geschichte so fand ich den Tod nein was ist das jetzt was haben wir denn hier oh ja ah ihr müsst der Prinz von Persien sein endlich zu Hause doch zu spät fürchte ich ich glaube ich habe hier etwas von euch oh nein Kailina der Dolch der Zeit in der das zu der auch nicht Erfüllt, bald bin ich unsterblich! Was ist denn mit Feuer da oder was? Holy fuck! Ja! Vater, vergib mir meine Taten, wo immer du bist. Äh, also eins, man kann ja sagen, was man will. Aber die Movie-Sequenzen im Spiel sind echt erste Sachen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unseren neuen Dolch, so ein schönes Ding. Und der blinkt auch noch so toll, wenn ich ihn aus der Scheide hole. Ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Angelegenheit. Äh, ja, ich glaub dem hilft auch nichts mehr. Classic! So, ja, wir gehen mal weiter jetzt hier. Mit der Hoffnung, dass wir nicht gleich so erschlagen werden. Äh, oder irgendwo, ne, tiefe... Ja, leck mich, bist du bescheuert. Die Frage, wo kommen wir hier hoch? Ach, hier. Ui! So, jetzt haben wir hier ein Problem und ich möchte alle stürzen unter unseren Füßen zusammen, halt da leck mich. Wir haben gerade gesehen, was ich gemacht habe. Einfach mal eine Runde Wiederkehr. Das heißt, äh, wir überleben, auch wenn wir irgendwo runterfallen. Das ist natürlich jetzt sehr praktisch, vor allem für so ein Spieler wie mich. Der da so seine Problemchen hat, immer das cool oder gut zu machen. Cool weiß ich nicht, ob ich das mache. Das ist mir ja auch Pillefalle. Weißt du, wir müssen jetzt hier wieder bei der Realität von so einem Spiel... Ei, 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 ei... Wir saufen erst mal in der Runde... Immer diese.. Alter, dreht jetzt nicht der Dreh-Mal im Kreis? Wirst du nicht beim Tanzunterricht, maschig-P? So, auf jeden Fall ist mir ja... Ohne, keine Suffe? Ja, das sollst du... jetzt sind wir wieder bei dieser wahrheitsgezäulen scheißdreck da in dem wir irgendwo runterfliegen können also runtergleiten können super wo ein danke wo einfach so ein vorhang ist und da kann man ja angeblich anschalt rüberlaufen also sich daran fest mit einem da kann man einfach sein Deutsch reinstecken das geht auch cool an und dann fällt man langsamer irgendwo herunter finde ich sehr real aber gut das ist jetzt natürlich meine Angelegenheit wir laufen jetzt hier lang und hier lang und durch so und deswegen natürlich jetzt auch Teufel und Schlosser Pärsing mal so eine Farb Fallen aufgebastelt hier und Aua ist natürlich hier auch nicht gerade das Gelb Mai ich glaube der Vater von Prinzen hatte so seine Angstzustände teilweise sonst hätte er das nicht gemacht so wir laufen jetzt erstmal hier weiter und ganz flugs durch die Tür und wo sind wir denn jetzt? Nein wäre ein langer Sturz geworden 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 jetzt ist erstmal die hälfte der welt weggefräst in dem raum hier irgendwas liegt hier durch die gegend was braun ist und das blätter von oben ja das sind blätter und wir dürfen uns jetzt hier entlang handeln